Sucht der Flung noch drauf? Boah, ist doch ein Airspool-Engel da, oder? Ja! Boah! Wie fängt er mit auf voller Lager hoch? Clueless, Massig, Clueless! Fick dich, Alter! Funktioniert jedes Mal, ey! Irgendwer kriegt immer den harten Tick! Hier ist der Goloah, das ist der Exi zuhause! Und? Das ist doch ein Cluel-Engel! Komm, ich zieh die auch noch, Alter! Warum denn? Jetzt geändert! Er ist doch mit Investor, ach, das ist doch ja wirklich! Ja, ich wusste schon gleich, dass er baitet, ne? Seid da reingelaufen wird! Mittlerweile kennt man die Tricks, hier! Näääää! Es hat der Berg nice gepiekt, Alter! Echt ne Möbeln? Aber, hmmm! Skaloch! Ja, aber immer wenn du viele Maus denken sollst! Na, wenn der Armauber von uns gepockt ist, ne? Der nächste kommt, der nächste ist da! Wo denn? Fax, 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 Fax! Ich hab' ich das drauf! Ich hab' ich das innen! Tja, hätt' ich den Hit nicht abgefahren, wär' Grumpy Dead! Weiß ich nicht, Digga! Weiß ich, ob ich 10% hab, weiß ich nicht! Also, ich weiß das schon! Mach's, ich guck mal deinem Shadowplay nochmal nach, wie das aussah! Ich pulle! Ja, hast... Super! Du hast... Legit wegen gebetet! Das ist Spaß, Alter! Du hast... Ja, jetzt haben wir sie ja doch gepullt! Ja, du Benji! Benji! Was ist das? Ist das krank? Weil, man darf's nicht sehen, ne? Weil das ja unsicher war! PNGG! Wut full gerickrollt als... Hahaha! No, we're gonna do it too! Oh!